heute backen wir unser material mal selbst und nein das wird hier heute kein baumkuchen aber so unähnlich ist das gar nicht denn was in der konditorei der könig der kuchen genannt wird ist in der goldschmiede für viele das mokomegane der inbegriff eines meisterstücks dazu schichten wir edelmetalle und pressen sie mit hohem druck zusammen wir entziehen ihnen den sauerstoff und legen sie stundenlang in die blut des ofens und nachdem sie sich lotfrei miteinander verbunden haben erhalte ich das grundmaterial für mokomegane und was ich daraus anfertige das erzähle ich im video mokomegane 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 hahaha ich wünsche viel spaß beim video ok ich auch so 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 Das war's. 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 Das war's.